Es gibt drei Arten, wie man aus dem Rückwärts- oder Fake-Fahren umdrehen kann. Eine davon zeige ich euch heute. Auf dem Hinterrad umdrehen. Beug deine Arme beim Rückwärtsfahren, lehn dich leicht zu der Seite hin, wo du umdrehen willst und fahr rückwärts, bis deine Kurbel fast richtig steht. Dann lenkst du ganz schnell ein und gleichzeitig streckst du deine Arme und gehst mit deinem Oberkörper leicht nach hinten. Kurz danach ziehst du deine Hinterradbremse oder drückst mit deinem vorderen Fuß gegen das Pedal, damit dein Hinterrad stehen bleibt. Zieh dein Vorderrad nach oben, indem du deine Arme beugst und deine Hüfte nach hinten hältst. Und schau in die Drehrichtung.